Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind bei der Firma Mechanics. Und zwar, guck mal was hier steht, wie weit die Jungs einfach so gekommen sind. Und genau darum geht es heute und zwar um den Ist-Zustand vom Bus. Im letzten Video habt ihr gesehen, da haben wir einmal den Aggregateträger eingebaut. Fahrwerk haben wir eingebaut. Das ist ja nur erstmal provisorisch, weil das Fahrwerk, was da rein soll, noch nicht da war. Und wir fahren den Bus jetzt nämlich gleich zu Frankie, Bus for Fun. Und ich dachte mir, weil ich kann halt nicht immer dabei sein, wenn die Jungs hier ranklotzen, weil uns trennen über 300 Kilometer. Deswegen machen wir jetzt einmal für euch so einen Ist-Zustand, damit ihr einfach mal auf dem Laufenden seid. Ja, wir haben das Auto hier abgeholt, oder ich, Co-Calb GmbH von Kerim. Genau. Die haben auf jeden Fall großartige Arbeit geleitet. Also das könnt ihr ja selber nochmal sehen. Das ist echt ein cooles Lackbild, also gefällt mir persönlich sehr gut. Und ich bin schon verwöhnt von Thomas, also das sieht wirklich schick aus. Ja, wir haben dann angefangen, dann die Sache zu kompletieren. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben Co-Calb GmbH Türen montiert. Scheiben. Genau. Türen eingestellt. Bei den Scheiben muss ich nochmal ein ganz großes Lob und Danke aussprechen an Firma Zentraler Autoglas in Rostock. Die hat uns hier eingesetzt. Nicht, weil wir zu blöd dafür sind, sondern bei Yadoka haben wir es selber gemacht. Da hat es mir persönlich nicht ganz so gefallen, weil irgendwelche Profis, wenn die halt so gucken, die Abstände hier zu den Kanten und so weiter, ist bei mir bei Yadoka nicht so hundertprozentig geworden. Also für meine Belange reicht es. Dadurch, dass das Auto aber ja relativ doll im Fokus steht, haben wir uns gedacht, machen wir das über Zentraler Autoglas hier in Rostock und mit dem haben wir es echt mega abgeliefert. Also es ist echt Wahnsinn geworden. Echt cool. Also die Tönung sowie auch das Einsetzen der Scheiben. Ja. Heckklappe ist aufgenommen. Hier liegt noch der alte Hilfsrahmen. Genau, den haben wir ja in dem letzten Video einmal getauscht. Ja, hier kann man halt sehen, wie das Ding halt aussah. Ich meine, Baujahr 2005. Ja, es hatte schon so ein bisschen was hinter sich. Sagen wir mal so, der Zahn der Zeit hat auf jeden Fall genagt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten können wir vielleicht mal hier vorne noch eine Tür aufmachen. Der Griff, der ist jetzt noch schwarz, der wird ja aber noch getauscht. Ja, genau. Da hatte ich mich tatsächlich vertan. Ich hatte Kerin zwei Griffe für die, nee warte mal, zwei Griffe Schiebetür und nur einen für die Fahrertür. Und der Griff passt immer nur einmal. Also auch hier passieren natürlich Fehler. Zu letzter Sache natürlich keinen Abbruch, aber das tauschen wir nochmal. Ja, genau. Ja. Wir haben jetzt schon mal angefangen die Tür zu kompletieren mit dem Inlet. Haben tatsächlich vorher noch mit Alropotür gedämmt. So guter Weise. Um die Tür. Um die Tür. Man sagt ja so in HiFi Fachkreisen so tot machen. hat folgende Bewandtnis. Das ist ja mal eine Karavelle gewesen. Das heißt also, die Dämmung ist sehr, wie soll man sagen, rudimentär. Wir haben hier. Wir haben da jetzt nochmal nachgedämmt, weil so eine Tür quasi, wenn der Wind da rüber streicht, wirkt wie so eine Passivmembran. Wenn man die jetzt tot macht, also dieses Alropotür klebt, beruhigt das ungemein quasi diese Schwingungen, die auf der Tür sind. Wie so eine Passivmembran, kann man sich das vorstellen, wie ein Lautsprecher. Und sorgt dann dafür, dass man hier drinnen auch eine adäquate Lautstärke hat. Also von den Fahrgeräuschen her. Genau. Hier haben wir schon mal Inlet drauf gebaut. Hier noch nicht. Armaturenbrett, wie man sehen kann, ist noch das alte. Weil das neue noch beim Sattler ist. Da kommt jetzt also ein T51 Multivan Armaturenbrett rein. Eine Klimatronic dann. Hier ist ja noch diese manuelle Regler hier. Das tauschen wir durch eine Klimatronic. Ansonsten Gummis und sowas haben wir alles. Da nochmal vielen Dank an den Verwerter unseres Vertrauens. Ist alles T6 schon. Also alles frische Gummis. Kann man auch sehen, wie man will. Kann man natürlich auch neu bestellen. Aber kostet neu natürlich ein Heidengeld sowas. Da gehen auch richtig Beträge dabei drauf. Und kann man ja auch ein bisschen ökonomisch denken. Und das irgendwie von Unfallfahrzeugen, wo wir Werte holen. Für den schmalen Thaler. Genau, ich komm mal raus. Muss ja auch alles immer so ein bisschen im Rahmen bleiben. Das ist nachher so der, weil viele auch immer fragen, was kostet sowas und so weiter. Lack, so diese großen Baustellen, Lack, Fahrwerk, Felgen und so. Das ist alles immer so fixe Beträge. Aber bei so einem Komplettumbau, meines Erachtens ist die große Summe nachher die Kleinteile. Hier nochmal zwei Schrauben, da nochmal ein paar Klipse, hier nochmal und so weiter und so fort. Und das läppert sich unheimlich. Wenn man da halt guckt, dass man irgendwie vom Verwerder kauft, ist man auf jeden Fall eigentlich besser beraten. Meines Erachtens. Weil die Teile sind auch hochwertig und frisch. Muss man nicht unbedingt immer neu kaufen alles. Ja, sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Teile, die wir hier bei NORA bestellen. Ja, aber das ist eigentlich so der kleinere Part immer. Ansonsten vielleicht nochmal ein paar Details. Wir haben jetzt nochmal hier die Blinker, sind ja eigentlich so ein grau wie das Spiegel-Dreieck original. Das haben wir jetzt auch nochmal alles hochglanz lackieren lassen. Das sind so kleine Details, die das ganze Ding nachher an sich halt ein bisschen frischer wirken lassen. Ja, hier will ich auf jeden Fall nochmal, ich blende mal ein Foto ein, wenn ich das vernünftig gemacht habe, vorhin das Foto. Hier hinter will ich dann, da kann man zum Beispiel, gibt es so Embleme, Bulli oder sowas zum Beispiel. Aber bei mir wird da nicht Bulli stehen. Was genau dahin kommt, weiß ich selber noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall geil. Schloss-Träger vom, ja, ist das gleiche T6 oder Facelift, T5. Diese Scheinwerfer sind einfach so sexy, ne? Ja. Die gefallen mir richtig gut. Ja, ansonsten kann man hier auch mal schön sehen, wo das ganze Werkzeug bleibt, wenn man das sucht. Meistens ist jemand vom Auto versteckt. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich schon mal eine Taschendampe wo hängen lassen habe. Naja. Aber egal, das haben wir jetzt noch rechtzeitig gesehen. Hier kann man auch nochmal schön sehen, dass Kerim auch nochmal schön alles auslackiert hat. Auch hier den Bereich vom Wasserkasten und so weiter. Für die Leute, die das nicht wissen, das Auto war ja mal weiß und es ist jetzt ja in Porsche-Kreidegrau genauso wie der Golf. Mal gucken, ob wir den hier eingefangen kriegen. Genau wie der Golf natürlich auch. Und ich bin gespannt, wenn wir das Ding gleich nach draußen stellen. Wie passend das ist von der Farbe her. So. Hier drin ist auch schon einiges passiert. Oh ja. Hier haben wir ein Schienensystem nachgerüstet. Das ist eigentlich relativ easy. Bei so einem kompletten Fahrzeug halt recht aufwendig, weil man die ganzen Unterboden entfernen muss. Hier war das Coole, da ich schon ein Siebensitzer war, waren schon die ganzen Winkel unten an den Boden angehen. Alle schon vorgerüstet. Das heißt, wir, es war eigentlich relativ, ja ich sag mal, wie jetzt sagt man, Plug and Play. Multivan Tisch haben wir schon mal reingebaut, weil wir es irgendwie witzig fanden. Ja. Ja. Ansonsten haben wir es alles so gelassen. Wir haben die Schienen auch auf die, also diese Abdeckung, die Aluschienen extra mal nicht raufgeklickt. Da habe ich eigentlich auch immer mit Frankie in regen Kontakt, um das halt auch für die nachfolgenden Firmen möglichst einfach zu gestalten. Und dann hat die Bewandtnis, wenn er jetzt am Filzen ist und an den Kanten nach unten gehen will, müsste er jetzt immer den Teppich hochhalten, das Filz dahinter schieben. Und so haben wir uns darauf geeinigt, wir lassen die Schienen erstmal ab. Das heißt, du kannst den Teppichboden jetzt ganz einfach rausnehmen, Frankie kann filzen, anschließend kommt der Teppich wieder rein und dann kommen die Abdeckschienen auch rauf, dass es dann auch schön aussieht. Genau. Zu den Filzen, da fahren wir jetzt ja gleich noch hin zu Frankie Bus for Fun. Das wird mega geil und das wird dem Ganzen auch glaube ich noch so einen wohnlichen, warmen Touch geben. Es gibt ja verschiedene Farben vom Filz. Für was für eine Farbe ich mich entschieden habe, seht ihr dann im Filz-Video. Genau. Ja, ich freue mich besonders, dass wir halt den Bus zu Frankie bringen. Frankie hat ja sein eigenes Label meines Erachtens, also der produziert diesen Filz sozusagen selber. und vertreibt das eben auch. Ich finde aber persönlich, dass all die Busse, die wir da so machen lassen haben, du siehst halt schon, wenn das ein Profi macht, ne? Klar, klar. Also es gibt ja auch ganz viele DIY, nennt man das so, ne? Do-it-yourself. Do-it-yourself, genau. Videos und ich würde es mir nicht zutrauen, also wie soll ich das erklären? Dieses Ergebnis, was dort in den Videos immer abgeliefert ist oder wird, sieht absolut nicht so aus, als wenn Frankie das macht. Bin ich auf jeden Fall auch ganz bei dir. Also man kann es selber machen, das ist dafür auch natürlich, das ist auch halt so gewollt, aber du musst es halt auch üben. Du musst es üben, beziehungsweise du musst es auch wollen. Ich bin immer so einer, wenn ich etwas für mich selber mache, dann denke ich, ach komm, das wird schon so gehen, das reicht mir so aus. Aber wenn du was für jemand anderes machst, dann machst du es halt immer zu 100 Prozent. Du brauchst halt auch ein bisschen Geduld dafür, das ist eine Sache, wenn man echte Ruhe hat, mal am Wochenende. Der Tisch, kannst du nochmal zeigen, was der... Ja genau, da musst du mal Schiebetür aufhalten, René, weil da fehlt noch eine Klippe. Ja. Ja genau, finde ich halt immer ganz witzig, haben die Busse eigentlich nur mit zwei Schiebetüren, weil der Bus, der Multivill mit einer Schiebetür hat den Tisch meistens hier in der Seitenverkleidung. Und hier kannst du halt so einen Multivill-Tisch, kannst den so runterklappen, kannst den so runterfahren, kannst den auch noch hin und her schieben hier. Zack, zack, da komm her, hopp. Ja, mega. Und dann kannst du halt hier, für die Lütte ist halt witzig, ne? Ja. Zack. So. Einmal Frühstück bitte. Zack, kannst du drauf puzzeln. Und die beiden Heineken stehen auch sicher. Ja genau. Ja, ich würde sagen, wir sind klar zur Abreise. Ja, dann geht's jetzt einmal auf zu Frankie. Das ist jetzt ein ziemlich kurzes Video, aber ich dachte, dass ihr das halt sehen wollt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Minuten Videomaterial das jetzt gerade geworden ist. Aber mir geht es auch nicht darum, jetzt ein langes Video zu haben. Mir geht es einfach nur darum, dass ihr den Esszustand von dem Bus kennt. Weil wie gesagt, ich halt nicht jedes Mal, wenn ihr hier Gast gebt, kann ich nicht jedes Mal dabei sein. Und so wisst ihr jetzt zumindest schon mal, was so gemacht worden ist. Ich packe unten in die Videobeschreibung für die Leute, die das erste Mal dieses Video sehen oder diese Videoreihe beziehungsweise auf dem Kanal zuschauen, packe ich unten in die Videobeschreibung einfach nochmal einen Link zu der Playlist von dem ganzen Bus, weil das ja natürlich nicht das einzige ist, was hier gemacht wurde. Ihr müsst euch mal wirklich den Zustand angucken, wie wir das Ding gekauft haben. Weil das war schon echt hart. Ja, danke fürs Zugucken. Vielen Dank für deine Arbeit. Unsere. Ja, für eure Arbeit, Entschuldigung. Ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt gerne die Glocke, abonniert den Kanal. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.